Okay, Amar, vorletztes Pack bei mir. Was ist denn das? Oh, ich sehe, BIO! 50 gibt's, abzuhalten! Ja! Geil! 50 gibt's, abzuhalten, aber er weiß es noch nicht, er ist stumm, er ist full mute. 50 gibt's, in my detail, 200 Glocken, geil, 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 und das erwarte ich doch, und das erwarte ich doch, Chat, und das ist es, 50 gibt's, es gibt gar nicht so viele Icons, die mehrwert sind, ich glaube, Cruyff ist mehrwert, wie toll ist der Mann? Halt's Maul, ey! Eusebio, ich schwöre! Halt's Maul, Digga! Halt's Maul, ich muss kurz gucken, ach, Digga, mit Eusebio! Ja, ich glaube, der kostet 3, 2,8, okay, 2,8, es gibt aber gar nicht so viele Icons, die mehrwert sind als er, also du müsstest Cruyff ziehen, Rullet, Vieira, Pelé, R9, ich weiß nicht mal, ob Maradona mehrwert ist, ich glaube nicht, also das wird sehr, es gibt vier Karten oder so, die mehrwert sind. Ich glaube aber an das Herz der Karten. Ja, ja, also, Ronaldinho, nee, Ronaldinho, kostet Ronaldinho mehr? Stimmt, Ronaldinho. Ich glaube nicht, 2,1 oder so, ne? Ah, ich hab den Fall schon, warte. Ronaldinho kostet 2, ah doch, Ronaldinho kostet mehr. Echt jetzt? Hä? So. Bro, also. Melina nimmt mal Grund, ja, ich weiß, Melina war die Katze wahrscheinlich. Ich sag dir mal so, da wünsch ich dir dann, also, herzlichen Glückwunsch tatsächlich, daran schon mal an Eusebio, ich gönne dir das vom Herzen, wirklich. Keine Idee. Aber jetzt mach ich tatsächlich, jetzt mach ich tatsächlich die Eierrasur bei dir. Also das, wenn du das schaffst, ne, dann hast du meinen Respekt. Okay. Chat, Anna und ich haben um 50 Giftsubs gewettet, wir machen von euch die Zuschauer die Packs auf, 10 Packs und wer den teuren Spieler von euch zieht sozusagen, der gewinnt. Brasilien? MS? Und es ist Pelé! Und ich hab sie gesagt! Und ich hab sie gesagt, du Klecht! Digga, du bist jetzt ruhig! Ich hab gesagt, ich ziehe den Pelé! Und ich ziehe den Pelé! Ich ziehe einen Pelé! Ich höre dich nicht, Eli! Eli, sag doch noch mal was! Eli Geller, sag doch noch mal was, bitte! Du hast deinen Meister gefunden! Du hast deinen Meister gefunden, Eli! 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 Eli, hörst du mich? Hörst du mich? Rede mit mir! Ich will ein VAR! Ich will ein VAR! Ich will ein VAR! Er soll jetzt reinschreiben, er soll den Transfermarkt Willi suchen! Ich will ein VAR! Er soll den Transfermarkt Willi suchen! Ich will ein VAR haben! Ich möchte ja den VAR! Ich höre dich nicht so ganz! Ich möchte den VAR! Weil da ist ein ganz kurzer Mittelstürmer Pelé rausgekommen! Ich möchte ein VAR haben! Aus dem dritten Pack! Tatsächlich! Aus dem dritten Pack! Und damit würde ich sagen, meine lieben Freunde! Ich möchte ein VAR! Ich möchte ein VAR! Er soll jetzt Willi suchen! Okay! Er soll Willi suchen! Ich muss einmal noch ganz kurz den Moment genießen, okay? Ich muss einmal ganz kurz noch den Moment genießen! Er soll Willi suchen! Er soll Willi suchen! Ich glaube das nicht! Ich möchte hier in VAR! Ich will dir einmal ganz kurz hier das Tempo nahe bringen! Das sind 96 Tempo! 95 Dribbling, falls du es noch nicht wusstest! 93 Schuss! 90 passen! 75 Physis und 56 Defense! Und er hat tatsächlich Spezialbewegung 5 und Schuss 4! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er ist ein scaredes bisschen! Und dann kann man das Einbewerfen! Oh mein Gott! Over30 4! Oh mein Gott! Woher haben wir noch einen Sohn? Oh mein Gott! Und dann wäre das Einbewerfen! Untertitelung des ZDF, 2020